Musik 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 Zwischen all den verschiedenen Jahreszeiten, die man im Moment täglich durchlebt, hatten wir an einem Tag recht schönes Wetter, sodass wir diesen natürlich sofort ausnutzten. Die Wälder bekommen langsam aber sicher ihre Farbe zurück und wir freuten uns auf einen geilen Tag im Emser Bike Park. Für mich doppelt interessant, da dieser Park mit einer meiner ersten damals war und ich somit einen direkten Vergleich hatte, wie sehr ich mich wirklich verbessert habe. Da die Frauen ein wenig nachhingen, rollten wir eine schnelle erste Sektion alleine. Ja, die fahren schon mal vor die Säcke, ey. Anstatt die mal warten. Was mir zu diesem Zeitpunkt leider nicht auffiel, ist, dass mein Kollege hinter mir aufgrund eines geplatzten Vorderreifens einen ordentlichen Flattermann gemacht hat und für sechs Stiche ins Krankenhaus musste. Danke an den netten Herren, der meinen Kollegen ins Krankenhaus gefahren hat. Da er im Gegensatz zu uns auf dem oberen und nicht wie wir auf dem unteren Parkplatz geparkt hat, kam er wie gerufen. Was machst du denn da? Ich wollte rückwärts, aber ich fahr doch heute vorwärts. Du bist so für die Stützwälder, die hast du schon gemacht. Du bist so für die Stützwälder. 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 Wow, Junge! Was ist das? Wow! es war doch beschneidig. wenn du ein paar mal gefahren bist dann glaube ich ist das ganz cool ich hatte den falschen Fuß vorne alter was für eine kranke fahrt alter am anfang die erste senke das musst du später mal auf dem video gucken da bin ich mit dem hinterrad oben um die kurve hat wieder keine ahnung wo das hier rein geht in der regel bekommt man auch ein shuttle service für fünf euro pro fahrt angeboten was meiner meinung nach völlig in ordnung ist wenn ich bedenke dass wir ohne pause und ohne schieben 50 minuten bis zum start brauchten aufgrund der aktuellen situation ist der shuttle service aber im moment leider nicht gestattet der geht der da hinten schießt halt raus junge alter das dinge das ist eine wand so jetzt wer schafft hier das ja ein meter oder 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 Oli! Jetzt verdracht er mich zum Vollnehmer. Oli, ja. Das ist crazy. Ja, der muss ja jetzt gehen, oder? Ja. Der Park ist von mir zuhause aus ca. 20 Minuten entfernt, was echt super cool ist. Wir hatten einen mega Tag und haben viel gelacht. Was ich aber an diesem Park vermisse, ist lockerer, griffiger Waldboden, den man hier leider nicht wirklich bekommt. Ich persönlich fühle mich auf lockerem Waldboden einfach besser. Ebenso sind diverse Holzelemente und Anlieger bisschen in die Jahre gekommen und könnten meiner Meinung nach bisschen Pflege gebrauchen. Ich für mich habe entschieden, dass mir der Aufstieg dafür einfach zu aufwendig ist. Was mir aber auf jeden Fall gefällt und weshalb der Park dennoch etwas für dich sein könnte, ist, dass er sehr abwechslungsreich ist. Von Holzelementen und Tables bis hin zu Drops und Gaps sowie kleine Downhill Passagen ist alles dabei. Ich möchte den Park auf keinen Fall schlecht reden und jeder sollte sich trotz meiner Meinung ein eigenes Bild machen. Falls du dich dazu entscheiden solltest, dort eine Runde zu rollen, wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß beim Biken. Liebe Grüße gehen raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.